Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde, hier mal wieder bei Brötchen und so und zu einem Infovideo wie immer. Und zwar haben ich und Timo uns überlegt, einen Sniper-Clan zu machen. Wir haben in letzter Zeit nämlich hauptsächlich nur Sniper gespielt und nun haben wir noch einen Sniper-Clan auf. Das heißt, ja wir sind hauptsächlich im Clan No-Name aktiv, aber wenn wir dann halt jetzt mal speziell nur auf Sniper spielen wollen, wechseln wir nur auf die Sniper, das heißt nur auf den Sniper-Clan. Unser Sniper-Clan heißt X-Content Sniper-Clan, Link ist in der Beschreibung. Das heißt für alle, die irgendwie snipen oder irgendwie einen Sniper-Clan haben wollen, etc., die können sich gerne bei uns bewerben. Dazu wird bald auf YouTube ein externer Kanal dazu erstellt. Dort werden dann Montagen, Clips und so weiter hochgeladen, da ich mir ja bei 50 Abonnenten die Capture-Hule, die Elgato. Also, ja, also auf jeden Fall kommt gerne in unseren Clan. Hier im Hintergrund seht ihr auch schon ein paar Screens von unserem Clan, Logo und so weiter. Also diesentsprechend freuen wir uns auf euch. Schaut gerne mal vorbei, vielleicht wird bald auch noch eine Clan-Stay-Seite gemacht. Und zum Ende starte ich meine PS3-Unterkönner-Runde Battlefield M-Clan. Tschau, Leute. Yeah, hoffe man hat's gehört. Jetzt wirklich tschau.